Okay, das Stream ist eben abgekackt, hier ist sie als unvorteilhaft, aber das bedeutet für mich jetzt, naja genau, holy shit, das sieht nicht gut aus. Hm, selbst so, hm, das ist nicht schön, hab ich jetzt wieder eine gute Verbindung, naja so einigermaßen. Ja, jetzt ist wieder der eine Download, jetzt habe ich wieder nur noch diesen Stream hier aufs Mode dran, sondern den anderen nicht mehr, aber es ist mir jetzt egal. So, ähm, ich brauche also nur noch Kakao, aber ich weiß nicht mehr, wo das Haus ist, ach, ich doch, ich glaube, ich weiß, wo es ist, wenn ich erstmal die Melone mitnehme. Ja, wie schön, ja doch, das Haus müsste hier irgendwo in der Nähe sein, ehrlich gesagt. Hm, jetzt müssen wir da gleich irgendwo kommen. Nee, hä? Doch nicht? Wait, what? Ich bin sehr verwirrt. Wo, 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 wo ist das Haus auch mal wieder hin? Das ist schon das zweite Mal heute. Das ist mir schon mal passiert. Hm. Oh, da ist der Dings. Ist ja jetzt da hinten, okay. Ich weiß nicht, falls euch interessiert, was so im Chat passiert ist. Weiß ich nicht, glaube, aber ein anderes Thema. So. Ich weiß auch nicht, warum man sich das anschauen will. Ja, hier ist das Haus. Äh, das Glas ist mittlerweile fertig, aber ich weiß nicht, wie ich das Dach machen soll. Aber ich will das ehrlich gesagt da weg haben. Naja, doch, ich hab ne Schaufel gut. Perfekt. Und anders hat angefangen, da ein Haus zu bauen. ein kleines Ewa. um. Äh, Spruch setzen. Ne, wie ist das jetzt gesagt? ich habe ein paar mal das mikrofon deaktiviert weil ich wussten musste aber ich werde nicht mal so lange auf stream ehrlich gesagt ich kann mir das ganz verlieben oi ich bin glaube ich seit 1930 oder so i don't know was ist für kein bambus ich habe alles auf stream wieder abgekappt das passiert halt jedes mal immer beim weltgenerieren schützt mit dem hausen im haus der europäische veränderung ich glaube ich habe die welt noch gar nicht auf dem hausen Keine Nostrimier-Aufzeichnung von der Welt, glaube ich, generell. Ja, also die Welt. Das ist ein interessantes Haus. Die Rhein, dankeschön. Naja, bisschen Shit. Naja, geht's in den Untergrund. Sehr tief nach unten. Sehr tief. Ich mag nicht, wie tief ich bin. Das hat man. Oje. Mach mal leiser hier. Sehr schön. So, ich hab jetzt rausgewachsen. Um ein. Und man kann auch einfach, ja... Egal, das ist jetzt eine Kugel, das wird so hochgehen und dann... Uuuuh. Naja. Scheibe war auch noch verksam, das ist... Das ist auch langweilig. Was ist da eigentlich passiert? Ach ja, stimmt, das ist... Das ist so natürlich... Regeneriert was? Ähm... Generiert. Das ist das Wort, was ich gesucht hab. So. Und wo ist die Musik jetzt wieder hin? Ach ja, stimmt. Und... Es hat irgendwie voll lange Black Screen am Ende dieses... Video aus irgendwelchen Gründen. Bitte nächstes Dankeschön. So. Hm... Ist das jetzt immer noch ein Zufall, weil ich hab aber das nächste angeklickt? Ich hoffe, ja. Ja. Ja, wobei, wenn nicht, ist es auch okay. Wie ehrlich gesagt. Wenn nicht, ist es auch okay. Was ist da eigentlich passiert mit dem Baum? Ich fühlte eigentlich so gar nicht wissen. Halbster Fallenschuhen. Oh, es wird dunkel. Okay, ähm... Puh. Aber ich würde ehrlich sagen, in dem Punkt jetzt auch sagen, dass ich den Stream jetzt beenden werde. Und wir sehen uns dann irgendwann wieder. Bis dann. Und... Ciao.